Mein Name ist Xavier. Charles Xavier. Guten Tag. Cheers. In dir ist viel mehr, als du ahnst. Mein Sohn! Mama! Nicht nur Schmerz und Wut. Es ist auch Gutes in dir. Und wenn du dir das zunutze machst, wirst du über eine Macht verfügen wie niemand sonst. Nicht einmal ich. Morgen wird die Menschheit erfahren, dass es Mutanten gibt. Bist du bereit? Finden wir es raus. Hör mir jetzt sehr genau zu, mein Freund. Töten wird dir keinen Frieden bringen. Friede war nie eine Option. X-Men. Erste Entscheidung. Ab 9. Juni. Nur im Kino.